Einen schönen guten Morgen wünsche ich euch alle! Gibt mal der Zoom-Tier von Jens Alene. Okay, dann Zoom mal. Was ich sagen wollte, das Wetter ist ja nicht so erfreulich, also werde ich nicht nach Selin fahren. Bleibe ich hier in Berlin. Magiken, was ich mache, weiß ich noch nicht. Irgendwas schönes wird mir schon noch einfallen. Jedenfalls wünsche ich euch allen einen schönen guten Morgen und lasst euch gut gehen, soweit ihr dazu in der Lage seid. Mir geht's gut, glaubt es keiner, aber es ist mir scheiße egal. Mir geht's sogar so gut wie noch nie. Aber es ist mir auch egal, ob ihr glaubt oder nicht. Interessiert mich jetzt nicht. Mir geht's eben gut. Und es ist eben traurig, dass ich das immer wieder sagen muss, weil mir das nicht geglaubt wird. Eigentlich müsste man das ja merken. Wenn man mich ein bisschen beobachtet, dann kann man nur zu dem Schluss kommen. Oh, der ist wirklich gut drauf. Der ist ja wirklich gut dabei. Und das bin ich. Ich bin gut dabei. Okay, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao. 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 Ciao.